Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon! Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort, voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Let's go! Oh yes, das sieht schon richtig cool aus. Und wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Yes! Das macht schon richtig Gänsehaut hier. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs De Leon! Okay, jetzt kommt der Champ. Der härteste Gegner in diesem Spiel vermutlich, das werden wir herausfinden. Zeig mal, was jetzt hier so abgeht. Und mit einem natürlich, mit einem epischen Klurak ist er hier am Start. Das ist sehr cool. Die Massen feuern ihn an. Und er tritt hier gegen einen Arena-Leiter an vermutlich. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, De Leon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak, Dynamax! Okay. Okay, das ist hier die Spezialform in diesem Spiel. Wir können hier dann natürlich die Pokémon-Dyna maximieren. Und das sieht schon optisch einigermaßen geil aus. Ist gut gemacht. Und jetzt heiße ich euch aber erst einmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen jetzt Pokémon Shield in der Galar-Region. Und jetzt haben wir nochmal eine kleine Sequenz. Das sieht auch richtig geil aus hier. Das finde ich, ist optisch sehr gut gemacht, das Spiel. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Ist meine Meinung. Also wenn es euch nicht gefällt, dann ist das so. Aber mir gefällt es hier sehr gut. Gibt natürlich überall Verbesserungsmöglichkeiten. Aber das sei jetzt erstmal dahingestellt. Wir wachen natürlich. Ist das unser Kinderzimmer hier oder ist es das Wohnzimmer? Der Junge hier auch nur am Handy oder... Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Ja, Hopp. Ich bin hier. Hey Merlin. Was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Ist ja sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch so eine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist es heute nicht der große Tag? Genau. Heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Merlin abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme jetzt sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also los, komm. Ach ja. Und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt mit Bringsl ab. Okay. Ich warte draußen auf dich. Na dann, lasst uns starten. Na, geht's jetzt los? Können wir aufstehen? Packt das Handy weg, Junge. Okay, jetzt geht es los. Sehr schön. Wir können uns jetzt frei bewegen in der Welt. Schauen wir uns aber alles in Ruhe machen. Wir schauen uns hier erstmal ein kleines Stückchen um. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon drin. Ja, wir haben hier vermutlich einen Hund. Nein, das ist Manfaxos Schlafkörbchen. Es liegen manchmal Essensreste verstreut darin rum. Okay. Dann haben wir hier einen eingebauten Kamin. Er hält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Der Fernseher. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Das kann sie ruhig machen. Hier ist nichts weiter los. Auf dem Tisch. Auch nichts. Manfaxo, was geht bei dir? Hab ich dich jetzt gerade aufgeweckt, Kollege? Ja, wahrscheinlich. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Sehr cool, aber leider können wir nichts rausnehmen. Dann haben wir hier noch ein Tischchen. Hier die Gummistiefel von Mutti. In diese Tür können wir nicht reingehen. Und hier steht sie. Was hast du noch zu sagen? Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Da hast du vollkommen recht. Aber ich snack erstmal noch was. Der Kühlschrank ist mit vielen leckeren Dingen gefüllt. Ja, wie willst du das denn sehen? Die Tür ist zu, Kollege. Im Spielbecken ist jede Menge Geschirr. Das ist die neue... Das ist der neue Mikrowellenherd, den Mama unbedingt haben wollte. Okay. Warst du schön? Hat sie sich gegönnt, die Mutti? Ja? Ist das jetzt mein Zimmer hier? Ja, okay. Hier steht schon der Rucksack. Du schnappst ja den alten Beutel deines Papas. Was ist denn hier eigentlich mit dem Papa? Wo ist der Papa hin? In keinem Pokémon-Spiel. Habe ich bisher einen Papa gesehen? Immer nur die Mutti da. So, hier mein Kinderzimmer. Natürlich erstmal die Abenteuerfibel. Ja, die Basics in jedem Pokémon-Spiel. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du das Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfrau schützt richtig an. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region in deinem Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie in der Basis-Item-Tasche in deinem Beutel. Jawohl, sehr schön. Was haben wir denn hier noch so? Gar nichts, gar nichts. Ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Ah, die Switch wahrscheinlich, ja. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Und darauf spielen wir natürlich auch dieses Pokémon-Spiel. Sehr schön. Die Nintendo Switch. Dieser Schreibtisch besticht durch sein simples Design. Er hält ein Leben lang. Und das will ich sehen. Das will ich sehen. Dieses Bett wurde von der ganzen Familie zusammen ausgesucht. Es ist so gemütlich, dass man im Handumdrehen darin einschläft. Und hier ein wunderschönes Evoli. Evoli-Plakat, Poster. Sehr cool. Und Pikachus Schweif ist hier auch mit drauf. Das ist sehr cool. Aber man kann das hier leider nicht anquatschen. Das geht nicht. Dann haben wir vermutlich schon alles gesehen aus unserem Haus. Würde ich sagen, let's go. Wir gehen nach draußen. Und das ist hier die Region. Die Galar-Region. Wir sehen schon erste, erste, sagen wir mal, geografische Merkmale. Und oben steht immer an der Ecke der Karte ein Hinweis, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Aber cool sieht das schon aus. Cool sieht das hier schon aus. So, Hop winkt schon. Und wir gehen natürlich mal los. Und hier haben wir schon ein Knospi. Ein Knospi im Vorgarten. Das ist auch cool gemacht. Das ist richtig cool. Der Briefkasten auch am Start. Steht ja auch dran, wer hier wohnt. Nein, das musst du selbst rausfinden. Ich wohne natürlich hier. Jetzt geht es los. Wow! Was ist denn das für ein Beutel? Einen größeren hast du wohl nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du natürlich fein raus. Ja, und du mit der kleinen Mini-Handtasche. Was geht bei dir? Und was machen diese Pokémon denn hier? Schau mal, ein Volli. Was macht es denn da? Ja, es rollt gegen das Tor, weil es so viel Spaß macht. Jeder Schlag gegen das Tor verbrennt eine Gehirnzelle. Lass uns mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch gar nichts getan. Außerdem fällt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon tut es nicht zu spaßen. Volli! Jawohl! Was machen wir jetzt? Hoffentlich hat es das begriffen, aber jetzt zu uns, Merlin. Lass uns einen Wettren machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit deinem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Jawohl, wie die Rivalen so sind oder die Mitstreiter, je nachdem, was das hier in dem Spiel sein soll. Das werden wir dann schon nachher ausfinden. Also hier können wir nicht weitergehen. Das Volli steht vor dem Zauntor. Hier können wir nicht weitergehen. Schauen wir uns erstmal ein bisschen die Landschaft an. Und hier rollen jede Menge Vollis und Smetbo ist ja auch dabei. Das sieht schon sehr cool aus. Was sind wir denn hier eigentlich? In Furlongham. Für Longham? Spricht man das so aus? Ich glaube schon. Wo Landwirtschaft und das Miteinander von Mensch und Pokémon Tradition haben. Jede Menge Vollis am Start. Also die wird es hier wahrscheinlich auch zu fangen geben. Sieht aber schon sehr, sehr cool aus. Windmühlen am Start. Ja, sehr coole Landschaft. Das macht schon richtig Laune auf dem Meer. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ja, voll. Ja, voll. Und wer wohnt hier? Ist das jetzt schon Hopps zu Hause? Ja, wunderbar. So einen schönen Garten hat er hier mit einem kleinen Teich. Eine Garage haben sie auch noch. Grillplatz auch am Start. Hier können wir nicht reingehen. Okay. Dann ist das vermutlich der Eingang hier. Gehen wir mal rein. Schauen uns hier ein bisschen um, was es hier so zu sehen gibt. Hopps, Muddy ist natürlich auch am Start. Na, was geht's ab? Was geht jetzt ab hier? Was gibt's jetzt zu sehen? Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Merlin ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist denn Dillion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Alter Schwede. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Haha. Dann gehe ich besser ihn abholen. Dillion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen kannst, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt. Stimmt's, Merlin? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Das machen wir doch. Ich warte draußen auf dich. Okay, schauen wir uns aber erstmal nochmal ein Hopps zu Hause um. Was meint seine Muddy? Nett, dass du mitgehst, Merlin. Das habe ich doch nie gesagt. Grüß mir meinen Dillion. So, und ich bereite jetzt erstmal für alle das Essen vor. Für die Grillparty. Okay, habt ihr einen Hund? Habt ihr hier einen Hund? Hier steht ein übergroßer Napf. Oder habt ihr auch ein Mumpfaxu als Haustier? So, hast du auch die neueste Mikrowelle wie meine Mutt? Ah, hier kann man gar nicht hintergehen. Okay, sie steht im Weg. Dieser riesige Kühlschrank eignet sich perfekt für eine Familie. Ja, diese Küche ist immer Picobello sauber. Ganz anders als zu Hause. Ja, und hier Abfalleimer. Dieser Abfalleimer ist nicht leer hier. Steht gar nichts da, okay. Wo geht es hier lang? Hier kann man auch nicht reingehen. Genau wie in meinem Haus. Oh, hier haben wir ein weiteres Pokémon am Start. Das, was ist das für eins? Verrät es uns nicht, okay. Hier stehen einige Bücher, die über den Champ geschrieben wurden. Und wen haben wir hier? Der Opa, oder wer ist das? Ja, bist ein großer Bruder, so etwas wie ein Superheld. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Auf diesem Fernseher läuft garantiert jedes Match des Champs. Und hier haben wir einige Pokale. Und Delion, das ist Delion. Den haben wir natürlich schon gesehen. Hängt hier auch an der Wand. Das sind vermutlich seine Trophäen, die er im Laufe seiner Pokémon-Trainer-Karriere gesammelt hat. Ja, und der erste Part wird sicherlich noch ein bisschen langweilig. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Gibt vielerlei Intro. Und wir sollen jetzt nach Brasberry gehen. Wir haben sogar schon eine Karte. Dann schauen wir mal drauf. Die gibt sich nach Brasberry, um Delion abzuholen. Das ist auch schon markiert. Also recht einfach. Hier ist Brasberry. Route 1. Wir gehen jetzt über Route 1 in der Galar-Region. Haben aber noch kein Pokémon. Also wir können wahrscheinlich noch nicht ins hohe Gras gehen. Aber es geht nicht ab. Alles klar, klar. Na dann, los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst. Okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück meinen Volley, falls ich mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib vom hohen Gras weg. Na, das mache ich doch. Aber wir probieren es trotzdem mal. Wir laufen trotzdem mal ins hohe Gras rein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Route 1. Ja, schöne Schilder am Start. Na, Hopp, was passiert, wenn ich jetzt hier reinlaufe? Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Na, okay. Na, sagt er nochmal. Okay, wir können hier nicht reingehen. Dann müssen wir straight nach Brasberry. Und dann kommen wir wahrscheinlich vor Hopp an. Oder überholt er uns jetzt noch? Kommt jetzt in eine Sequenz? Hopp immer am Start. Er lässt uns nicht ins hohe Gras. Passt immer auf uns auf. Das sieht hier aber auch sehr cool aus. Brasberry. Bahnhof. Der Zug ist auch am Start. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und da steht doch schon das Glurak. Das sieht man schon mit seinen großen Flügeln. Delion. Das ist er, der Champ aus der Galar-Region, ja. Nur, der weiß, er weiß, wie man sich zur Schau stellt. Er weiß Bescheid. Er kennt die Skills. Und Glurak. Und Glurak ist sogar ein bisschen kleiner als er. Hallo, Brasberry. Euer Champ Delion ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist es wirklich. Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar. Ist uns doch eine Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir, wir sind fleißig am Trainieren. Ja, bin ich auch. Ich habe zwar noch kein Pokémon, aber ich trainiere immer jeden Tag. Genau. Aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig. Das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak. Ja, ich möchte auch gerne Glurak haben, na? Wenn es das hier als Starter-Pokémon geben würde. Hey, Bruder Herz. Och, ach du Scheiße. Mein Bruder. Ah, hopp. Grüß dich. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich mal ansehen. Mann, bist du groß geworden? Das sind gute drei Zentimeter mehr. Ja, gut geraten. Da erblicken geht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Hopp, hat mir schon Alain von dir erzählt. Du musst Merlin sein. Ich bin Delion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch den unschlagbaren Delion. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Ja, bin ich auch. Gut, genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Ja, hopp. Gar kein Startsignal gegeben, Alter. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde. Ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Okay, komm, jetzt lass uns starten. Können wir auf deinem Glurak nach Hause fliegen? Nein. Ey, die ganze Familie rennt hier einfach mal vorne weg. Lassen mich zurückstehen. Lassen mich einfach zurück. Oder sind wir jetzt beide? Wir sind schon alle angekommen? Jawohl. Jawohl, wir sind da. Jetzt entspannen uns nicht länger auf die Folter, Mann. Bruderherz, wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die Allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Okay, was packt er denn jetzt aus? Kommen jetzt die Starter-Pokémon. Erstmal ein schwarzer Ladebildschirm, jawohl. Los, meine Kleinen. Zeigt den beiden, was ihr könnt. Okay. Das sind sie. Das Pflanzen-Pokémon Chimpip. Der Feuer. Das Feuer-Pokémon Hopplo. Und das Wasser-Pokémon Memeon. Das sind die Starter-Pokémon der Galar-Region. Und die beiden hier, also unser Charakter und Hopp, sind hellauf begeistert. Die Augen leuchten. Hopplo, das Feuer-Pokémon. Memeon, das Wasser-Pokémon. Und Chimpip, das Pflanzen-Pokémon. Mit einem kleinen Stückchen. Oh, das ist schon cool gemacht. Ja, das muss ich sagen. Das ist richtig cool. Patsch ins Wasser. Memeon weint schon wieder. Das kann es natürlich sehr gut. Macht es gern. Aber es sind alle drei richtig niedlich hier. Genug gespielt. Kommt mal bitte her. So, dürfen wir uns jetzt eines aussuchen? Und für welches Pokémon entscheidest du dich, Merlin? So, okay. Ladebildschirm immer am Start, ja? Das kennt man doch schon aus. Pokémon spielen. Will du zuerst? Ich hab ja schon mein Volli. Ja, mach ich, Kollege. Mach ich, Kollege. Wir haben hier... Chimpep. Vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzen-Pokémon Chimpep? Nein. Jetzt noch nicht. Wir schauen uns erstmal alle anderen beiden noch an. Hier haben wir Hopplo. Hopplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für das Feuer-Pokémon Hopplo? Nein, auch nicht. Lass dir Zeit. Wenn dir deine Wahl schwer fällt, dann verlass dich auf dein Bauchgefühl. Aber vergiss nicht, es geht hier um die Wahl. Deines treuen Partners. Und Memeon. Das Wasser-Pokémon Memeon ist sanftmütig wie ein leise plätschendes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Memeon? Nein. Ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht über mein Pokémon und ich werde in diesem Let's Play mit dem Pflanzen-Starter Chimpep starten. Das konnte man auch letztens oder kann man glaube ich auch noch dieses Wochenende in Paldea antreffen. Also Gottrom, die Endentwicklung im Terra Raid. Aber jetzt sind wir hier in Galar. Chimpep vom Typ Pflanze. Genau, das nehmen wir. Wir entscheiden uns dafür. Jawohl. Du hast dich für Chimpep entschieden. Möchtest du Chimpep einen Spitznamen geben? Jawohl. Da lief ja letztens eine Umfrage auf meinem Kanal. Also die Mehrheit hat dafür bestimmt, dass ich frei gewählte Spitznamen verteile. Und das mache ich jetzt auch. Aber ich habe mir noch was überlegt. Also durchaus, es könnte durchaus sein, dass ich hier zwei Plätze aus dem Team auch für Leute, sagen wir mal, reserviere oder so die Möglichkeit, die Möglichkeit euch gebe. Wenn ihr ein Pokémon sein wollt, könnt ihr das in die Kommentare jetzt reinschreiben. Wenn ihr ein Pokémon sein wollt, schreibt das rein. Zwei Plätze kann man durchaus machen, dass ich die allen Leute vergebe, die ein Pokémon sein wollen. Und den Rest vergebe ich einfach frei, weil einfach die Mehrheit hier für frei gewählte Spitznamen entschieden hat. Und dieses kleine Älfchen nennen wir hier Rafiki. Das ist der Affe aus König der Löwen. Habe ich mir ja vorher einfach mal ein paar berühmte Affennamen rausgesucht. Der scheint ganz passabel zu sein. Klingt eigentlich ganz gut. Rafiki. Könnte auch eine andere Bedeutung haben, aber Rafiki wurde in deinem Team aufgenommen. Das ist er. Das ist der erste Spitzname. Wir können auch noch andere lustigere Spitznamen verteilen. Das Team hat ja bekanntlich sechs Plätze frei. Aber wir fangen erstmal ganz ruhig an mit einem berühmten Affen. Dann entscheide ich mich für Memeon. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Ja, viel Erfolg, Kollege. Viel Erfolg. Er hat schon zwei Pokémon. Das ist schon ein bisschen unfair, ja? Wir haben nur eins. Das habe ich mir schon gedacht, Hopp. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Merlin ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß. Vielleicht schafft ihr es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Und Hopplo, was ist mit dir, Kollege? Ich nehme Hopplo. Da haben wir beide zwei Pokémon. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark. Aber es hat ein großes Herz. Dann nimmt, Alter, ich musste erst mal voll fett aufstoßen gerade eben. So, jetzt wird aber erst mal gegessen. Für euer Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Jetzt startet die größte Grillparty aller Zeiten hier. Hopp, Alter, wie er da steht. Er fiebert mit dem Grill mit. Der Junge ist einfach mal hyperaktiv unterwegs. Und natürlich gleich zwei Spieße voll gegrillt. Denn die haut er sich rein. Und das war es schon mit der Party hier? Wahrscheinlich, ja. Das war es wohl schon. Am nächsten Tag. Gib's zu. Hopp, du bist gestern bestimmt bis in die Puppenwach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen. Stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und hopp, Bruderherz. Okay. Merlin und Jimpep haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander. Gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu einem würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du mich denn dabei an? Wenn hier jemand ein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Merlin und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für deinen ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja, bin ich, ja. Pokémon müsste doch eigentlich voll geheilt sein. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt immer gut für sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So manche Kämpfe auch gleich viel, machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Okay, auf dem kleinen Kampfplatz hier. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich hab jetzt einen einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Let's go. Unser erster Pokémon-Kampf startet. Genau, hopp, mach dich schön warm. Mach dich auf was gefasst. Also im Typenvorteil sind wir auf jeden Fall. Aber wir werden wahrscheinlich nur... Okay, er kämpft mit zwei Pokémon. Wir werden ja wahrscheinlich nur normale Attacken drauf haben, so wie es immer ist. Weiß ich nicht, Tackle oder Pfund, was die Pokémon hier so können. Auf Level 5 gegen ein Level 3 Volley. Wir haben Kratzer und Heule. Okay. Heule singt da, glaube ich, den Angriffswert des Gegners. Ich würde jetzt aber einfach mal direkt mit Kratzer angreifen. Tja, macht ganz guten Schaden, aber noch nicht ganz die Hälfte. Jo, das halten wir aus vom Volley. Wir gehen direkt nochmal auf einen Kratzer drauf. Und das dürfte aber noch nicht ganz reichen. Nein. Aber Volley macht bei weitem nicht so viel Schaden hier. Das ist okay. Müssen wir mal sehen. Wir treten hier dann als zweites gegen ein Level 5er Memmeon an. Ob man das gewinnen kann, weil Tränke haben wir ja jetzt nicht dabei. Schauen wir mal, wer hier mehr Damage austeilen kann. Direkt mal ein Level ab. Alter. Level 6 schon. Das ist sehr cool. Angriffswert ein bisschen gestiegen. Zweigstoß. Okay. Direkt mal auf Level 6 die erste Pflanzenattacke erlernt. Nicht so schnell. Ich habe ja noch einen Ass im Ärmel. Genau. Einen Wasser-Pokémon hast du. Nichts hast du. Das ist kein Ass im Ärmel. Alter. Das ist ein Handicap hier. Aber es outspeedet uns mit Clubs. Macht aber auch nicht so viel Schaden. Jetzt der Zweigstoß. Und der reicht fast für einen One-Hit. Okay. Okay. Ja. Zu schnell weggedrückt hier. Da bin ich jetzt nicht mehr mit dem Lesen hinterher gekommen. Ja. Okay. Memmeon. Erstmal mit Clubs. Aber das sollte hier easy going sein. Genau. Der Zweigstoß. Setzt den Todesstoß bei Memmeon. Und da haben wir unseren allerersten Pokémon-Trainer-Kampf gewonnen. Sehr, sehr schön. Level 7. Weiter geht das hier schnell. Wenn das immer so geht, sind wir recht schnell auf Level 100. Aber sehr cool. Sehr cool. Ich hatte noch zwei Pokémon dabei. Hab trotzdem verloren. Du und Jimpip seid ja echt krass. Und 400 Poké-Dollar haben wir hopp abgeknüpft. Wow. Du bist ja unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Na das hätte ich sehen wollen. Ihr habt euch großartig geschlagen. Und eure Pokémon machen auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind erschöpft. Mach das, Kollege. Du hast Tränke en masse. Du hast recht Talent, Merlin. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs-Rivale wirst. Damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh. Du machst wirklich keine halben Sachen, was? Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen? Dem größten Turnier Galars? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Merlin, ich schlage vor. Ihr besorgt euch ein Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht nur bloß mit Daten gefüllt, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Jawohl, verstehe ich. Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist es auch so. Schauen wir gleich in einem Pokémon-Labor vorbei, um meinen Pokédex abzugreifen, Merlin. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du sollst noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex abholen gehen. Okay. Wir müssen noch Mutti Bescheid sagen gehen, aber wir sind schon fast am Ende des Parts angelangt. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert hier? Hey, was war denn das für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Merlin? Jawohl, hab ich gehört. Was war denn jetzt los? Oh nein, das Tor ist offen. Und das Wall-E ist spurlos verschwunden. Ach du Scheiße. Jo, kann man mal machen, ja. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist. Das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professoren noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir denn jetzt, Merlin? Retten wir das Pokémon, das fragst du mir. Jawohl, wir retten das Pokémon natürlich. Klar, das ist hier, da. Eigentlich ist hier ja Zutritt verboten. Aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins. Augen zu und durch. Komm jetzt. Jetzt wird rangeklotzt. Genau. Aber das ranklotzen machen wir im nächsten Part. Jetzt heißt erst einmal, bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.